Ja komm, ich habe bei Omi gespeichert. Ich will hoffen, dass das da oben jetzt zugespeichert hat. Und jetzt haben wir die zweite Aufnahme. Hallo Leute! Leck. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich habe eigentlich alles aus. Ja, außer Benni fängt schon wieder an. Ja, aber dann ist es nicht mein Problem. Bei mir muss es mittlerweile super laufen. Komm, versuch mal die Münze zu holen. Zu? Weiß ich nicht. Sprich nochmal. Jetzt gehen die Krokus unter, komm. Ja, ist gut. Das ist noch zu. Komm, Röpzer. Ja, du bist. Boah, das war knapp eben. Ja, es ging. Wirr. Die Pappnase sagt, es ging. Mann, 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 Mann. Flieg. Muss direkt weiter. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Ich habe auch auf springen gedrückt, aber irgendwie ist er nicht gesprungen. Du alle kennst das doch. Ah, er hat oben gespeichert, super. Merkt weiter. Gar nicht langfackeln. Guck mal, wir leben, ohne was zu machen. Oh, ich weiß auch nicht, ey. Muss ich mich mal anders setzen? Das Schlimme ist, es wird irgendwann zu schnell und dann kommen meine Augen nicht mehr hinterher. Ich glaube, ich werde alt. Ich glaube, wir werden zu alt für solche Spiele. Ja, nee. Für solche Spiele wärst du nie zu alt. Naja, meine Augen. Ja, vielleicht brauchst du ja eine Brille. Kannst du haben. Ne. Doch. Nein. Doch. Ich mach mal, warte mal. Ich mach mal so. Keine Ahnung, wie du so machst. Ich sehe das ja nicht. Ne, ich habe jetzt Licht ausgemacht und den zweiten Bildschirm. Der Dritte hängt da drüber, das ist egal. Ich muss jetzt mal bei Omi speichern. Hast du doch. Weiß ich nicht. Ich meine ja. Mir ist aber egal, so ist besser gespeichert. Ne, ich glaube, ich hatte nicht gespeichert. Das sah zumindest eben so aus. Wie viel Prozent stand da? 24. Ich glaube, vorher war das... 23, glaube ich, ne? Ja, ja. Glaube ich auch. Das wäre aber egal gewesen, da du eh genug Leben hast. Ja, ist mir aber egal. Und wir haben genug Saves eigentlich. Doch besser. Kaum noch GTD noch mehr. Was ich dann natürlich nicht sehe. Wie viel Zeit denn Aufnahmen neusten? Muss ich mal das OBS weiter rüberschieben. Kann ich doch sagen, dann. Ist mir egal. Ja, okay, wenn du es hast, dann ist gut. Ich achte ja drauf. Ab und zu mal nicht, naja. Ab und zu achtet man drauf, ab und zu mal nicht. Geh wieder runter, Kroko. Tschüss. Achso. Du kannst immer springen, ne? Dagegen. Ja. Das ist wie so ein Knöpken. Ich wollte den aber runtergehen lassen. Was dagegen? Siehst du immer, wenn die es... Läufts eigentlich bei Mario. 64. Läufts eigentlich recht gut. Ja. Ja. Gesehen, dass du irgendwie beim Geist bist. Geisterjagd. Ja. Läuft recht gut. Ja. 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 Kommt ja auch nur alle drei Tage. Alle drei? Ach ja. Mit, mit, mit. Mit Combining of Isaac, Reapers und Gamers Go-Makers zusammen. Genau. Dann brauche ich da nicht so viel von aufnehmen. Nö. Achso. Hast ja noch alles, was läuft. Ja. Obwohl ich schon am überlegen bin, immer die Dinge jeweils zwei Tage ineinander zu machen, wollte ich schon recht viel eigentlich immer auch nehmen, oder? Ich habe schon noch welche drauf, die ich noch Videotitel schreiben muss und geplant setzen muss. was ja deswegen mir fehlen jetzt noch das und irgendwas mit minekraft deswegen sind die zuschauer wieder ein bisschen steigen ich habe mich richtig erschrocken krank wie mit einmal die zuschauerzahl runter geht aber wirklich in der karte ist mir egal ich kann mein kopf ab und kann mein kopf möchte dann mache ich auch kein mein kopf test auf dann ist das mir auch egal ich habe ja bock auf mein kopf aber das andere nicht und das mein kopf team genau hätte es funktioniert was besser gewesen dann würde schon laufen ja tut mir leid tete kann ja auch nichts dafür aber jetzt wissen wir wie es zumindest schon funktioniert ja nicht so lange und können wir schaffen dieses versuch haben wir die bäume als erstes und suchen uns nicht dumm und dämlich das hat glaube ich eine halbe stunde gedauert bis wir das hatten diesmal kann man sich auch direkt ein lager einrichten was auf ich hatte ja gesagt pass auf ich weiß ich wusste auch dass wir hoch springen ich hätte mal einen moment warten müssen oder kommt die vene zu weit zurück die kommt nur bis zu grün ach so nächste runde neues glück aber versuchen wir mal ich trete dich jetzt in den ersten klassen wenn den ersten nicht schaffst dann schaffst du die reihenfolge nicht so schnell hintereinander das war echt knapp das problem ist du konzentrierst dich eigentlich auf den wagen aber muss gar nicht auf die schienach und wann die losgehen wenn du springen muss und dann verschwindet dieses ich komm da nicht hoch hey warum das denn nicht äh guck mal wer guck mal wer fehlt äh ach jauh na jetzt kann sich nicht mehr zurück na egal ja komm ein leben ist ja egal na jetzt muss ich hier aufpassen dann musst du irgendwann wechseln am besten ach ist egal schaffe ich schon außer das hier geht es noch danach dieses wo du eigentlich fliegen müsstest ist ein bisschen tricky aber das schaust du naja ich nicht wirklich na doch besonders hier auch an der stelle ne den das ist ja ach da kannst ja springen vor allem hier ist auch gut für die stelle genau die die ist ein bisschen tricky fuck warum du ich weiß nicht was passiert mit dir das ist dumm das war richtig dumm das war richtig dumm twix 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 was ich vermute ist hier unten dass du da unten so ein komisches komisches Fass hast ja ja womit man durchs level geschossen hat genau was ich ganz vermute kannst du haben wie die sich freuen wenn die uns auf ja Matrix mmh aus kannst du aber wieder abkratzen weißt du nicht? ich weiß jaja aaaah Wollen die mir den Maul aufreißen, wenn die da hoch fahren. Oh nein! Oh doch! Komm, eine Banane ist nicht. Ah! Und ich weiß, dass ich hätte vorher noch zurückgedrückt. Nein! Aber du kannst jetzt zurückdrücken, dann bist du nicht so schnell. Ich drücke ja noch immer die schnelle Taste. Nein! Doch! Nein! Wow! Buat! Watt, 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 watt. Watt, 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 watt. Ja, komm, ey. Das ist richtig schon cheat'n, ne? Weißt du, dass ich schon lange nicht mal auf eine Aufnahme gemacht habe? Tschüss! Euch, ich werde da drängst! Nein! Ich bin die beklopptste Aufnehmer, die es gibt! Jetzt musste raus! Ja! Alles geil, Miete zahlt. Ruf des Waldes, ne? Ja, Ruf des Waldes. Er muss auch mal wieder erscheinen, der Ruf des Waldes. Ja, ist klar, Flasch. Nicht? Du hast einen Schaden. Ich weiß. Liebend gern. Das glaub ich dir, dass du liebend gern einen Schaden hast. Ein Schaden. Ein Schaden. Oh. Jetzt frag ich mal, warum kann Didi eigentlich hinterherfliegen? Weil das ein Cheater ist. Oh. Ja, du musst direkt sofort weiter. Fuck. Du hättest noch fliegen können, weil das Wasser ziemlich tief unten ist. Ja, ich weiß. Aber, naja.